Wie heisst die? Schneewittchen, Aschenbrödel. Die, die die Rosen an der Bändel hat. Keine Ahnung. Keine Schlagseite. Gut cool. Kann ich bis ins Wasser durchpumpen? Dann muss ich aber grausam angehen. So entstehen noch mal die lustigen Videos. Dann hört jemand etwas machen. Der andere auch viel. Und plötzlich knallt der Ast. Die Bieren runter. Pleiten, Pech und Pannen. Ja genau. Die Weiche gebrochen. Das Hüftgelenk runter. Jetzt schauen wir, wie der Ast bricht. Nein, Schatze, bricht nicht. Ich kann nicht mehr stoppen. Ja, ganz geschafft. Endlich eine Schaukel, die auch für meinen Arsch auch mal wirklich die richtige Grösse hat. Das war's. Fertig. Stopp. Fertig. Confine. Fertig. Fertig.